Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr Freund des gepflegten Klemmersteinbaus. Heute mal wieder mit einem Set von Sembo und zwar der 207001 aus der Survival Warfire Serie der Leopard 2 A7+. Bevor wir aber zu dem Set an sich kommen, möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass natürlich Leopard 2 Panzer aktuell ein echt heißes Thema sind. Und wie immer soll dieses Video hier überhaupt keinen Krieg verharmlosen. Wir wollen uns hier die Klemmbausteine und die Technik dahinter anschauen und wir erfreuen uns nicht an irgendwelchen kriegerischen Handlungen auf dieser Welt. Davon abgesehen, möchte ich auch nochmal an euch appellieren. Dieser Kanal ist für die Klemmbausteine als Spielzeug bzw. als Hobby da und nicht für politische Grundsatzdiskussionen. Politische Meinungen halte ich ja bewusst auch aus diesem Video raus, denn hier geht es um die Steine. Und ich bitte euch, dass ihr auch in den Kommentaren, wenn ihr über dieses Set hier sprecht, respektvoll miteinander sprecht und wenn es schon wirklich in Politik abdriften muss, wie gesagt, keine Beleidigung, einfach respektvoll. Man kann immer miteinander reden. Und ich möchte auch hier direkt ankündigen, jeder kann seine Meinung haben, wer jemanden unter diesem Video dafür irgendwo angreift und da rede ich nicht von Argumenten, sondern von Beleidigungen, der wird von dem Kanal ausgeblendet. Das möchte ich hier nicht haben. Ich weiß, dass ihr im Normalfall als die Leute, die diese Videos schauen, auch nicht so tickt. Ich wollte aber darauf hinweisen, bevor wir jetzt zu diesem Set kommen, denn irgendwie fand ich es wichtig, das nochmal anzusprechen. Wenn wir jetzt aber wieder zu den Steinen kommen, dann seht ihr schon mal, wir haben keine Originalverpackung. Ich habe dieses Set mal wieder selbst aus China importiert. Dort kostet es um die 25 Euro auf verschiedenen Plattformen. Ich habe es jetzt wieder für knapp 26 Euro auf AliExpress gesehen. Und das ist für knapp 900 Teile natürlich nicht verkehrt. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier im Maßstab 1 zu 35 uns ungefähr aufhalten. Und dafür ist das, wenn die Qualität stimmt, am Ende ein wirklich guter Preis. Dieser Beutel ist jetzt aber nicht allzu aussagefähig. Dementsprechend mache ich das Ganze natürlich mal auf. Und wir schauen uns zusammen die Steinetüten und die Anleitung an. Und dieser Panzer ist in zwei Bauabschnitte aufgeteilt. Dementsprechend haben wir nochmal zwei große Rundumtüten. Ich finde es ehrlich gesagt schöner, wie es zum Beispiel bei Pantasy gelöst ist, dass man sich diese eigene Außentüte noch einmal spart. Denn man hat ja das Bauabschnittsbranding auch nochmal auf den kleinen Tüten. Die großen Tüten muss man also nicht unbedingt dabei haben. Wir machen jetzt zusammen den Bauabschnitt 1 mal auf. Und jetzt haben wir nämlich schon zwei Plastischichten abgemacht. Und es wird immer weniger, was hier liegt. Jetzt haben wir noch die Steinchen an sich und die natürlich nochmal in Tüten. Das ist durchaus ein wenig Plastikverschwendung. Was aber auch noch direkt auffällt und was ich bis hierhin auch noch gar nicht wusste, es sind auch Figuren dabei. Die wurden nämlich auf den Anzeigen alle ausgeblört bzw. rausgeschnitten. Also ich hätte nicht gedacht, dass sie in diesem Fall auch mitgeliefert werden. Die schauen wir uns natürlich auch nochmal einzeln an. Ich kann aber jetzt schon sagen, es hat einen Grund, dass sie die rausblüren, denn die sind sehr, sehr nah an Lego dran auf den ersten Blick. Und da hätte ich persönlich Angst, dass vielleicht ein Päckchen im Zoll hängen bleibt. Je nachdem, wie die Figuren sind, würde ich euch also empfehlen, schreibt gern den Verkäufer an und fragt ihn, ob er die Figuren rausnehmen kann. Denn das scheint ein einzelner Beutel zu sein. Das wird für den Verkäufer kein Problem sein. Und ich entschuldige mich auch jetzt schon mal für die Nebengeräusche, falls ihr die hört. Draußen ist bei uns gerade Sturm, aber keine Angst, für euch gehe ich. Und hier haben wir auch schon die Anleitung. Die habt ihr ja schon in den Plastikbeutel erspänen können. Und die ist klein, aber hoffentlich fein. Sie ist auf jeden Fall klammergebunden. Die Papierqualität ist wirklich gut. Das ist ein recht dickes Papier. In der Anleitung finden wir dann auch noch den Stickerbogen. Wie immer ist es schade, wenn Sticker dabei sind. Aber in diesem Fall bin ich mir gar nicht sicher, ob diese Hoheitsabzeichen den Panzer am Ende nicht sogar etwas unschöner machen. Aufkleben werde ich die Sticker natürlich trotzdem, um es euch zu zeigen. Ansonsten ist es wie ihr das von Sembo gewohnt seid. Es wird nichts ausgegraut, sondern die Teile, die neu gebaut werden, werden rot umrandet dargestellt. Die Druckqualität ist völlig in Ordnung, also da mache ich mir keine großen Sorgen. Ich denke, hiernach wird es sich gut bauen lassen. Insgesamt haben wir 140 Bauschritte auf 58 Seiten verteilt. Und was ich wie immer schön finde, ist diese Abbildung, die einem zeigt, was für einen Fortschritt man in welchem Bauabschnitt erreicht. Was ich im Gegenteil aber nicht so schön finde, wir haben in dieser Anleitung leider mal wieder keine Teileliste. Ich freue mich trotzdem sehr auf dieses Set und dementsprechend fange ich jetzt an zu bauen. Und wir sehen uns nach dem ersten Bauabschnitt wieder. Na, da muss ich vorher doch nochmal reingrätschen. Ich hoffe, ihr gebt mir dafür jetzt nicht die rote Karte. Auf jeden Fall sehen wir uns das erste Mal schon nach dem 21. Bauschritt wieder. Denn das Fahrwerk muss ich euch hier auf jeden Fall zeigen, bevor das Ganze zugebaut wird. Wir haben nämlich super viele von diesen Zweier-Gummiteilen hier, bei denen wir in beiden Löchern eine Achsaufnahme haben. Also ich glaube, ich habe in diesem Set jetzt mehr von diesen Teilen schon in der Hand gehabt, als in meiner ganzen Laufbahn mit Glemmbausteinsets. Die sind ja doch eher, wenn vereinzelt, in Sets drin. Und die Teile werden hier benutzt, um das Fahrwerk zu bauen. Das Fahrwerk ist generell auch super kleinteilig. Schaut euch das mal an, wie viele Ein-mal-Einer-Plates hier zum Beispiel auch drin sind. Aber dann haben wir auch wieder Lampensteine. Wir haben Ein-er-Prix mit Loch dabei. Und so stecken wir das Ganze hier wirklich kleinteilig, Schritt für Schritt zusammen, um dann hier die Laufrollen aufzustecken. Und in der Mitte haben wir eine Konstruktion aus Achsen und den Gummiteilen, um hier ein funktionierendes Fahrwerk zu bauen. Wie gut das funktioniert, wird sich aber erst zeigen, wenn wir hier wirklich alle Steine gegengekontert haben. Denn bisher ist das wirklich noch sehr instabil. Und vor allem, es schleifen die Gummiteile momentan noch auf dem Boden. Das wird sich während des Baus natürlich noch ändern. Denn im 22. Bauschritt kontern wir das Ganze jetzt mit einer Konstruktion aus Plates von unten gegen. Und diese befestigen wir auf den Noppenaufnahmen von den Lampensteinen und eben den Ein-er-Prix mit Loch. Dadurch werden wir schon einiges mehr an Stabilität haben. Und das Fahrwerk behält wirklich mal seine Form, die es auch haben soll. Denn momentan wackelt das ja alles so einzeln für sich hin. Wir sehen uns jetzt, denke ich, nach dem ersten Bauabschnitt wieder. Dieses Mal wurde nicht zur Grätsche angesetzt. Wir sehen uns also, wie geplant, nach 47 Bauschritten und damit nach dem ersten Bauabschnitt wieder. Das Fahrwerk ist nun komplett fertig und auch die Ketten sind schon aufgezogen. Und auch vom hinteren Teil des Panzers haben wir schon ein paar Steinchen gesetzt. Zumindest der hintere Teil wirkt bisher auch echt gut, um eben so einen Tiger darzustellen. Von der grundsätzlichen Form gefällt mir das sowieso bisher. Nur von der Farbe hätte ich mir vielleicht lieber ein Bundeswehrtarn gewünscht. Oder irgendetwas, was in diese Richtung geht. Aber das ist so dieses typische Phänomen bei den ausländischen Herstellern, dass sie deutsche Panzer so gut wie immer nur in diesem Grauton darstellen. Ich finde, darüber kann man noch hinwegsehen. Ob es dann zu 100% korrekt ist, steht natürlich auf einem anderen Blatt. Was man aber auf jeden Fall objektiv bewerten kann, ist die Steinequalität. Und von der Verbaubarkeit gibt es hier keine Probleme. Die lassen sich recht hart verbauen, also sie sind nicht so weich wie andere Steine. Das geht so ein bisschen in die Anfangszeit von Kobi. Also fast schon ein wenig zu viel. Es ist aber alles noch in einem Rahmen, wo das Ganze Spaß macht. Und dafür ist dann die Klemmkraft umso besser am Ende. Aussehensmäßig finde ich sie auch okay. Wir haben aber gerade bei Spezialteilen, wie zum Beispiel eben hier der Aufnahme für den Geschützturm, recht starke Farbabweichungen. Farbabweichungen werden leider sowieso Programm sein bei diesem Panzer. Denn auch die ersten Sticker sind schon draufgekommen. Und wenn ihr euch das anschaut, die Sticker haben ja mal so gar nichts mit der Steinefarbe zu tun. Und das ist schon sehr ärgerlich, wenn es schon Sticker sind, dass die dann farbmäßig überhaupt nicht passen. Die Steine sind sonst aussehensmäßig okay, also sie wirken nicht matt. Wir haben auch noch leichte Kratzer auf der Oberfläche, also das ist für einen Eigenimport echt gut. Was aber zu bemängeln wäre, sind einige Steine mit sehr offensichtlichen Angusspunkten, die natürlich genau bei diesem Grauton komplett herausstechen. Trotz alledem habe ich mit diesem Set bisher auf jeden Fall Spaß. Und dementsprechend bauen wir jetzt weiter. Und ich denke, wir werden uns mit dem fertigen Panzer wiedersehen. Und damit ist der Leopard 2R7 Main Battle Tank auch schon fertig. Aussehensmäßig ist er meiner Meinung nach für die Größenordnung echt gut geworden. Man erkennt hier den Leopard mit seiner Grundform auf jeden Fall. Obwohl mir immer noch eine Flecktarn besser gefallen hätte. Wenn wir uns natürlich die Sticker und die Farbabweichungen an so manchen Teilen anschauen, dann ist das auch schon fast wie eine Flecktarn, nur in einem anderen Farbton. Aber Spaß beiseite, das ist natürlich ein Mangel, der etwas schade ist. Denn die Sticker, die kann man einfach nicht aufkleben, wenn sie einem sowieso nicht gefallen. Trotzdem muss da der Farbton besser passen, als es hier der Fall ist. Aber Steine muss man eben verbauen. Und wenn dann die Farbabweichungen doch so relativ groß sind, dann ist das natürlich sehr, sehr schade. Besonders, weil die restliche Teilequalität genauso wie im Zwischenbauschritt besprochen wirklich in Ordnung ist und es dann hier nur an den Farbabweichungen scheitert. Dasselbe gilt für die Konstruktion. Denn die Konstruktion ist hier wie bei allen Sembo-Panzern echt gut. Sembo legt ja immer sehr, sehr viel Augenmerk auf das Fahrwerk. Und das ist hier nicht anders. Ich habe euch ja beim Fahrwerk die Konstruktion gezeigt. Und wir haben immer noch diesen leichten Federeffekt, wenn man irgendwelche Hindernisse überfährt. Was natürlich sehr, sehr cool ist. Gerade weil bei diesem Panzer die Ketten auch wirklich gut funktionieren. Auf dem reinen Tisch ist es wie immer sehr, sehr schwierig. Wenn wir jetzt aber etwas mit Grip drunter legen, da reicht sogar schon diese Anleitung, dann laufen die Ketten hier wirklich perfekt mit. Und auch über den Falz von der Anleitung kann er perfekt fahren. Denn wenn ihr genau hinschaut, das Fahrwerk arbeitet eben ein wenig mit, dadurch, dass wir dort die Gummiteile verbaut haben. Also das ist eine richtig coole Idee. Und das Fahrwerk ist bei den Sembo-Panzern, zumindest bei allen, die ich bisher von Sembo gebaut habe, immer ein kleines Highlight gewesen. Vor allem, weil sie dort nicht immer das gleiche bauen, sondern immer mal Neuheiten reinbringen. Das gefällt mir sehr. Ansonsten haben wir von den Funktionen natürlich noch, dass wir den Geschützturm drehen können. Man muss hier überall ein wenig aufpassen, dass man nicht mit dem Geschützrohr irgendwo aneckt. Aber sonst ist der 360 Grad drehbar. Auch auf dem Panzer haben wir noch ein paar Details gebaut, wie zum Beispiel hier die Nebelwerfer, die hier finde ich sehr schön gelöst sind. Wir haben auch ein MG drauf und so eine Art Suchscheinwerfer. Dann haben wir natürlich die üblichen Luken, die wir öffnen können. Das ist jetzt aber keine Riesenfunktion. Und mehr gibt es funktionsmäßig hier auch nicht zu erleben. Das ist natürlich bei einem Panzer in der Größenordnung auch selbstverständlich, dass da nicht noch viel mehr reinkommen kann. Wir haben aber dennoch die Figuren dabei. Die habe ich euch ja schon mal, zumindest in den Einzelteilen, in der Tüte gezeigt. Was hier interessant ist, die Anleitungen für die Figuren sind so einzelne Pappstückchen, die auch bei den Figuren mit drinnen liegen. Ich denke mal, das hängt damit zusammen, wenn man die Figuren rausnimmt, dass eben die Figuren auch nicht mehr in der Anleitung gezeigt werden. Wenn es also irgendwo kontrolliert wird und diese Tüte raus ist, gibt es bei diesem Set überhaupt keine Spuren von Figuren und dementsprechend auch keine Probleme vom Import, außer mit geschützten Teilen, die wir hier zwar drin haben von den Grundformen, die aber dann leicht abgeändert sind. Ich bin natürlich kein Jurist, ob die Abänderung reicht, aber sie haben hier zumindest nicht eins zu eins die Teile verwendet, wie sie Lego verwendet. Dann haben wir natürlich noch die Figuren an sich. Und hier haben wir zweimal Manpower und zweimal Frauenpower. Die Figuren sind von den Aufdrucken wirklich gut gelungen. Die Drucke sehen auch hochwertig aus. Sie sind auch soweit ausgerüstet und die Gliedmaßen lassen sich bei allen Figuren gut durchbewegen. Also qualitativ gefallen mir die Figuren sehr, aber das altbekannte Lego-Importproblem könnte hier natürlich auftreten. Denn für mein Verständnis, wie gesagt, ich bin kein Jurist, aber für mein Verständnis sind diese Figuren viel zu nah an denen von Lego dran. Für die Figuren gibt es dann auch noch ein paar Ersatzteile, sowie ein Haarteil, was man noch alternativ aufsetzen könnte. Und wir haben hier wirklich einige Ausrüstungsträger dabei mit verschiedenen Gewehren, Granaten, Werkzeugen und Messern. Alles, was das Herz begehrt, zumindest im militärischen Bereich. In echt kann ich darauf sehr gut verzichten. Und auch generell bräuchte ich jetzt diese ganzen Ausrüstungsträger nicht, weil ich davon eh viel zu viele habe. Die sind ja fast bei jedem Militärset dabei. Für einen Steiger ist hier aber wirklich ein großes Sortiment dabei. Auch mit dabei ist noch der Teile-Trenner. Und wir haben auch noch einige Ersatzteile. Das sind viele kleine Teile, die jetzt nicht sonderlich erwähnenswert sind. Aber auch nochmal ein 1x6er Plate in Grau, die kann man immer mal gebrauchen. Und damit haben wir jetzt auch schon alles von diesem Panzer hier gesehen. Und ich hatte wie mit jedem Sembo-Panzer bisher mit diesem auch wieder sehr viel Spaß. Er macht natürlich eher was im Regal her, weil er nicht die großen Funktionen hat. Aber die Funktion, die drin ist, wie eben das Fahrwerk, ist hier wieder sehr kreativ gelöst, wofür ich Sembo sehr schätze. Die Kettenglieder laufen sehr gut durch und man kann das Ganze auch durchaus bespielen, wenn man unbedingt das Bedürfnis dazu hat. Dann sollte man es aber auf einem Teppich oder einem anderen griffigen Untergrund versuchen. Die Steinequalität ist in Ordnung. Ich habe das durchaus von Sembo aber auch schon besser gesehen. Aber die Konstruktion, die dahinter steht und der Lieferumfang mit den Figuren und der Ausrüstung ist natürlich für um die 30 Euro ein sehr, sehr guter Deal, wenn man das Ganze selbst importiert. Und dementsprechend gibt es von mir auch für dieses Set, wenn man es für den Preis bekommt, eine Kaufempfehlung. An die Konstruktions- und Steinequalität von Kobi kommt der hier nicht dran, aber ein Kobi-Panzer in der Größe hätte auch mal gut und gerne 50 bis 60 Euro gekostet. Hier muss man wieder Preis-Leistung sehen und da überzeugt dieses Set auf jeden Fall sehr. Und deshalb kann ich es euch bedenkenlos empfehlen, würde euch aber im eigenen Port selbst empfehlen, dass ihr vielleicht die Figuren weglasst, wenn ihr die nicht unbedingt benötigt. Da könnt ihr zumindest auf AliExpress in den meisten Fällen den Verkäufer vorher anschreiben, dass er das rausnimmt. Und dann war es bei den meisten Fällen von mir kein Problem. Wenn ihr natürlich dieses Set selber besitzt, dann schreibt mir immer gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir immer gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, um in Zukunft nichts zu verpassen. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen, friedlichen Tag, auch wenn wir heute über ein Kriegsset geredet haben. Haut rein, euer Valleybrick. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein paar Tage, bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.